Frau Baerbocks Ausspruch, egal was meine deutschen Wähler denken, der ist mittlerweile legendär. Aber jetzt kommt auch noch der Habeck daher. Und Habeck sagt in Bezug auf auslaufende russische Gaslieferungen, ich zitiere, und das muss man sich mal vorstellen, bevor die Leute dort frieren, müssten wir unsere Industrie drosseln oder gar abschalten. Und da muss ich schon mal fragen, Herr Habeck, sind Sie eigentlich der deutsche Wirtschaftsminister oder der Wirtschaftsminister der Ukraine? Herr Habeck, vertreten Sie eigentlich deutsche Interessen oder vertreten Sie die Interessen des Auslands? Die Bürger, die Bürger in Deutschland kennen die Antwort.